Die Entstehung der Schuldverhältnisse Die Entstehung von Schuldverhältnissen Sie sehen, wir haben einen vollen Plan Wir wiederholen das aus der letzten Stunde gemacht haben Und dann gehen wir hier der Reihe nach Die Entstehung von Schuldverhältnissen durch Sie sehen, das sind 65 Folien Und wir haben jetzt schon 5 Minuten verloren Deshalb machen wir es jetzt etwas schneller Heute behandeln wir nur die Entstehung von Schuldverhältnissen Nächsten Montag behandeln wir dann die Pflichten Die aus dem Schuldverhältnis entstehen Sie erinnern sich, das habe ich am Dienstag schon mal angesprochen Das heißt, das Schöne ist Ich wiederhole alle Sachen so oft, bis sie wirklich jeder weiß Man könnte es auch so sagen Alle Sachen, die ich wichtig finde Sage ich mindestens 3 Mal in dieser Veranstaltung Alles andere kann dann auch nicht so wichtig sein Um zu gucken, ob Sie das auch gelernt haben Habe ich für Sie hier eine Selbstkontrollfrage eingebaut Und diese Selbstkontrollfrage können Sie live in dieser Vorlesung abstimmen Wenn Sie irgendein Gerät haben Sei es ein Smartphone, ein Laptop oder ein PDA Und auf die tolle Adresse gehen vote.jura.uni-bonn.de Die Smartphone-Freunde können natürlich auch den QR-Code abfotografieren Der führt Sie dann auf die Seite Und da können Sie dann live abstimmen In dieser Sekunde Und gucken, was Sie da so rausfinden Jetzt bricht jetzt mal die Panik aus Ich nutze die Gelegenheit Um Sie auch darauf hinzuweisen Sie sollten auf jeden Fall ein Gesetz dabei haben Ja, Gesetz Und ein Lehrbuch können Sie sich kaufen Es gibt dieses Tolle, was aber viel zu teuer ist Und es gibt dieses Auch ganz Tolle, was viel dicker ist Was aber ein paar Euro billiger ist Äh, teurer ist So Funktioniert das nicht? Was? Das nützt nichts Schauen Sie jetzt mal Da müsste jetzt stehen Schuldrecht 1 in dieser Liste Eben stand das noch da Naja, egal Dann machen wir es halt von Hand Gehen wir hier ganz aus dem Mittelalter zurück Fangen wir mit dieser tollen Folie an Fangen wir mit der ersten Aussage an Alle Verträge begründen Schuldverhältnisse Was meinen Sie? Stimmt das oder stimmt es nicht? 50-50 Schocks Das ist besser als bei Wer wird Millionär Es stimmt nicht Jetzt weiß irgendjemand, warum das nicht stimmt Gibt es Verträge, die keine Schuldverhältnisse begründen? Gibt es Verträge, die keine Schuldverhältnisse begründen? Wettverträge begründen keine Verbindlichkeit Es ist aber trotzdem ein Schuldverhältnis Weil es begründet ein Recht zum Behalten Denken Sie mal Vielleicht ans erste Semester zurück Was haben Sie da gelernt? Ja Gefälligkeitsverträge sind auch Schuldverhältnisse Gefälligkeitsverträge sind ja Schenkung, Laie und sowas Überlegen Sie mal Erstes Semester, da haben Sie gelernt Ja, die Übereignung nach 929 BGB Erfolgt auch durch einen Vertrag Der Vertrag heißt nämlich Einigung Das ist ein Verfügungsgeschäft Verfügungen begründen nie Schuldverhältnisse Also Sie unterscheiden Verfügungen und Verpflichtungen Und Verpflichtungen sind Schuldverhältnisse Verfügungen nicht Gucken wir uns die nächste Aussage an Das Schuldrecht enthält unter anderem Regelungen zum Verbraucherschutz Stimmt das oder stimmt das nicht? Was würden Sie sagen? Ja, das stimmt Wir haben gesehen, insbesondere diese Widerrufsrechte Zum Beispiel, wenn Sie was im Internet kaufen Und das zurückschicken wollen Das dient dem Verbraucherschutz 312 folgende Regelungen zu Verbraucherverträgen Gut, was haben wir noch? So, 280 BGB ist die wichtigste Anspruchsgrundlage im Schuldrecht Habe ich das gesagt oder habe ich das nicht gesagt? Test Wer hat sich wirklich gemerkt, was ich gesagt habe? Meinen Sie? Ja? Ja, das habe ich am Dienstag gesagt Also wird das wohl auch stimmen 280 BGB ist die wichtigste Grundlage Gestern war Mittwoch Sehen Sie, es ist wie gestern Käufer und Verkäufer Verkäufer sind jeweils Gläubiger einer Leistungspflicht Da ich das schon so oft falsch gelesen habe Testen wir es jetzt mal Ja oder nein? Ja Welche Von welcher Pflicht ist nämlich der Käufer der Gläubiger? Von welcher Pflicht ist der Käufer der Gläubiger? Von der Pflicht des Verkäufers die Sache zu übergeben und zu übereignen Und von welcher Pflicht ist denn der Verkäufer Gläubiger? Ja, dass der Käufer den Kaufpreis bezahlt und die Sache abnimmt So ist es Dass der Käufer den Kaufpreis bezahlt und die Sache abnimmt Also merken Sie sich Man kann nicht sagen, der Käufer ist der Gläubiger Der ist einer von zwei Gläubigern in diesem Vertrag Es gibt also bei gegenseitigen Verträgen immer zwei Gläubiger Gut, gucken wir mal weiter Sehen Sie, erste Aussage falsch, der Rest richtig Gucken wir mal weiter Wir haben uns ganz kurz angesehen Das Mitverschulden Sie erinnern sich düster Ich habe über Mitverschulden ganz am Ende geredet Wo alle schon raus wollten Das Mitverschulden ist keine Pflicht Sondern eine Obliegenheit Das habe ich ganz am Ende gesagt Sie erinnern sich düster? Nein, erinnert sich keiner mehr dran? Das waren diese Folien, wo ich gesagt habe, Grundbegriffe Können Sie auf dem Video nachsehen? Ich habe einen Videobeweis Ja, das stimmt Sie können nicht klagen, weil jemand sich selbst verletzt hat Wenn Sie volltrunken auf die Straße trocken, vom Auto erwischt werden Kann der Autofahrer Sie nicht verklagen, weil Sie sind das Opfer Weil Sie sich selber verletzt haben Dann Ein Leihvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag Da der Entleiher die entliehene Sache zurückgeben muss Stimmt die Aussage oder stimmt sie nicht? Ja? Stimmt nicht, weil es keine Hauptpflicht ist Weil es sich auf der Natur des Vertrags gibt Also Die Erklärung ist nur ein Beispiel Ja Also die erste Aussage ist richtig Es ist kein gegenseitiger Vertrag Die zweite Aussage ist leider nicht ganz richtig Es kommt nicht darauf, ob es eine Hauptpflicht ist Aber wo liegt das Problem mit der Rückgabepflicht? Warum begründet die Rückgabepflicht keinen gegenseitigen Vertrag? Ganz einfach Ja? Ja, das Ganze hätte sonst keinen Sinn mehr Weil wenn man die Eilgabe Also wenn man es jetzt vergibt Den Gegenstand beispielsweise Weil es dann vielleicht nicht mehr Das Ganze ist keine Rückgabepflicht Ja Ja Gegenseitige Pflichten zeichnen sich dadurch aus Dass die eine Pflicht gleichzeitig mit der anderen erfüllt werden muss Nach 320 Ich habe Ihnen gesagt, dass wie bei der Geiselnahme Auf der Brücke wird Geisel gegen Geld getauscht auf der Mitte Wenn das aber mit der Rückgabepflicht genauso wäre Das heißt, ich bekomme die Sache und muss die sofort wieder zurückgeben Dann macht der Leihvertrag relativ wenig Sinn Das kann nicht Zug um Zug erfüllt werden Das heißt, es ist rein logisch so Dass es kein gegenseitiger Vertrag ist Der Verleiher gibt die Sache nicht nur weg Damit er sie zurückbekommt Sondern er gibt sie weg Damit der andere sie unentgeltlich benutzen kann Spiel und Wette begründen keinen Anspruch Gewähren aber ein Recht zum Behalten der Leistung Stimmt's oder stimmt's nicht? Ist ja nicht schwierig Ja, das stimmt Wettschulden sind Ehrenschulden Das heißt, sie können nicht darauf klagen Dass Spielschulden bezahlt werden Wenn sie Vorkasse geleistet haben Kriegen sie das Geld aber nicht zurück Und last but not least Ein unvollkommen zweiseitiger Vertrag Begründet keine Verbindlichkeiten Das ist eine gemeine Frage Die ist deshalb gemein Weil dieses Unvollkommen an zwei Stellen auftaucht Was bedeutet ein unvollkommen zweiseitiger Vertrag? Zweiseitig ist relativ anschaulich Das heißt, wir haben zwei Seiten Und jeder schuldet etwas Aber warum ist dieser Vertrag Nur unvollkommen zweiseitig? Und nicht vollkommen zweiseitig? Hervorragend, genau so ist es Ein vollkommen zweiseitiger Vertrag Wäre ein gegenseitiger Vertrag Der ist perfekt Weil alles nur im Gegenseitigkeitsfels Das eine und das andere immer gleich Ein unvollkommen zweiseitiger Vertrag ist Wo jede Partei Pflichten hat Aber die Pflichten nicht Zug um Zug erfolgen Sondern irgendwie in sonstiger Weise Abzugrenzen sind unvollkommene Verbindlichkeiten Zum Beispiel bei Spiel und Wette Das sind dann einfach keine einklagbaren Pflichten So, wenn Sie das alles nicht wissen Ist das nicht schlimm? Warum nicht? Weil das alles noch ganz oft kommt Und das wiederholen wir so lange Bis Sie das alles perfekt wissen Also machen Sie sich jetzt noch keine Sorgen Ganz zum Anfang zurück Was ist ein Schuldverhältnis? Ein Schuldverhältnis, da nehmen wir das Was Sie am besten kennen Nämlich den Kaufvertrag Beim Kaufvertrag haben Sie einen Verkäufer Der heißt deshalb V Und einen Käufer, der heißt K Und der Verkäufer hat einen Anspruch Gegen den Käufer auf Zahlung des Kaufpreises Und der Käufer hat gegen den Verkäufer Einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Sache Das kennen Sie alles Jetzt steht oben schon die Frage drüber Warum spricht man von der Relativität des Schuldverhältnisses? Das klingt so ein bisschen nach Physik So Albert Einstein Relativitätstheorie Das ist viel einfacher Stellen wir uns vor, es kommt ein X Und der X sagt Ich möchte mich hier auch irgendwie mal äußern Und ich möchte gerne den Kaufpreis haben Oder ich möchte gerne Übergabe und Übereignung der Sache haben Dann sagt uns die Relativität der Schuldverhältnisse Dass jeder Vertrag in einer Wolke schwebt Und in diese Wolke kommt keiner rein Die Wolke ist völlig abgeschlossen Das heißt, ein X hat keinerlei Möglichkeit Auf diesen Vertrag einzuwirken Schuldverhältnisse sind deshalb immer Sonderverbindungen Das heißt Beziehungen, wo nur bestimmte Leute beteiligt sind Und alle anderen sind außen vor Ganz einfach, wenn Sie einen Vertrag schließen Kann ich Ihnen nichts dazu sagen Das Problem an der Sache ist Weil wir ja Juristen sind Gibt es natürlich Ausnahmen Und die Ausnahmen sind aber ausnahmsweise mal ganz, ganz einfach Zum Beispiel der Vertrag zugunsten Dritter Funktioniert so Jemand geht hin und sagt Ich kaufe einen neuen Fernseher Und schicken Sie den bitte an meine Tochter Dann kriegt die Tochter den Fernseher zugeschickt Und man kann der Tochter einen eigenen Anspruch auf Übergabe und Übereignung geben Obwohl sie nicht am Vertrag zu beteiligt ist Und das ist auch keine Stellvertretung, weil man gar nicht sagt Ich trete hier für die Tochter auf Man zahlt selber Sagt aber, die Tochter soll den Fernseher bekommen Das ist möglich Nennt sich Vertragsfreiheit Können Sie machen Viel, viel schwieriger ist die Sache Mit dem Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte Wenn Sie zum Beispiel bei Ihren Eltern wohnen Und Ihre Eltern wohnen in einer Mietwohnung Dann haben Sie den Mietvertrag nie unterschrieben Das heißt, Sie sind nicht Mieter Damit haben Sie keine Ansprüche gegen den Vermieter Wenn der Vermieter nun aber das Treppenhaus nicht renoviert Und da, was ich, Schleimspuren sind Und die Ratten rumlaufen Und das Licht nicht an ist Und ab und zu mal eine Stufe runterfällt Und wenn Sie dann da runterfallen Dann haben Sie gegen den Vermieter Keine vertraglichen Ansprüche Weil Sie ja nicht der Mieter sind Wenn zufällig Ihre Eltern runterfallen Die den Vertrag unterschrieben haben Haben die Ansprüche Das fanden die Gerichte schon vor 100 Jahren total unfair Und haben gesagt Das kann doch nicht sein Dass die armen Kinder Die den Vertrag nicht unterschrieben haben Deshalb schutzlos sind Und deshalb hat man erfunden Den Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte Man sagt, man kann solche Verträge auch so schließen Dass die Kinder mitgeschützt sind Das müssen Sie jetzt nicht im Detail wissen Das kommt alles noch dreimal Ich betone es, weil es wichtig ist Das Schöne am Schuldigen ist Alle Sachen kommen immer wieder Wo wir schon bei immer wieder sind Ich habe auch schon am Dienstag gesagt Es gibt drei Arten von Schuldverhältnissen Das erste sind die vertraglichen Schuldverhältnisse Was ein vertragliches Schuldverhältnis ist Das ist ganz einfach Sie haben einen Vertrag Durch den eine Partei zu etwas verpflichtet wird Und die andere zu etwas berechtigt wird Das kann eine Schenkung sein Das kann eine Laie sein Das kann eine Miete sein Das spielt überhaupt keine Rolle Es reicht Eine Partei verpflichtet sich zu etwas Und die andere hat einen Anspruch darauf 311 Absatz 1 BGB Den gucken wir uns mal an Das ist eine wichtige Norm 311 Der sagt uns Zur Begründung eines Rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisses Oder zur Begründung eines Schuldverhältnisses Durch Rechtsgeschäft Sowie zur Änderung des Inhalts Ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich Soweit sich das Gesetz ein anderes vorschreibt Das bedeutet Niemand wird dazu verpflichtet Ein Geschenk anzunehmen Zum Beispiel Weil nach dem BGB Immer ein Vertrag Mit zwei übereinstimmten Willenserklärungen erforderlich ist Derjenige, der berechtigt wird, muss zustimmen Und derjenige, der verpflichtet wird, muss zustimmen Aus der Norm kann man eine weitere Sache folgern Selbst wenn Sie keinen Vertrag im BGB finden, der passt Weil Sie zum Beispiel einen Vertrag haben Über die Vermittlung von Internetdiensten Da finden Sie im ganzen BGB von vorne bis hinten nichts Oder einen Streaming-Vertrag mit Netflix Oder einen Facebook-Vertrag Das finden Sie alles im BGB nicht Dann sagt 311 Absatz 1 Solche Verträge können Sie schließen Weil alle rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisse Können durch Vertrag begründet werden Innerhalb der rechtsgeschäftlichen Unterscheiden wir die einseitig Verpflichtenden Und davon kennen wir genau ein einziges Nämlich die Schenkung Das ist das einzige einseitig verpflichtende Rechtsgeschäft Das äußert sich darin Der Beschenkte hat keine Pflichten Der kriegt das Geschenk und kann es annehmen oder nicht Selbst bei der Laie haben Sie eine Rückgabepflicht Das heißt, Sie haben einen beidseitig verpflichtenden Aber eben nicht gegenseitigen Vertrag Oder beim Auftrag, wenn Sie sagen Hol mir mal eine Cola Müssen Sie Aufwendungsersatz leisten Das heißt, auch da haben Sie eine Pflicht Obwohl er kein Geld für seine Tätigkeit kriegt Er kriegt aber das Geld für die Cola zurück Und die Verträge, die Sie bisher am liebsten haben Sind die gegenseitigen Wo es Zug um Zug erfolgt Das heißt, der eine gibt nur Damit der andere es bekommt Kaufvertrag Das Entscheidende ist Alles, was Sie in 311 Folgende lesen Gilt für alle Schuldverhältnisse aus Verträgen Also wenn Sie gucken, 311 Da kommen Schuldverhältnisse aus Verträgen Da kommt ganz viel, was Sie da so lesen könnten Wenn Sie wollten Und dann auf einmal Ab 320 BGB Kommen besondere Vorschriften Für gegenseitige Verträge Ja? Also ein bisschen wie im BGB-AT Es gibt erstmal die ganz allgemeinen Für alle Verträge Und dann die für die gegenseitigen Das müssen Sie immer im Blick behalten Jetzt kommen wir zu den Schuldverhältnissen Die schwierig sind Wenn Sie den 311 weiterlesen Dann hat er nicht nur einen Absatz Sondern der hat drei Absätze Und wenn Sie Absatz 2 und Absatz 3 lesen Fangen die mit den gleichen Worten an Nämlich ein Schuldverhältnis mit Pflichten Nach Paragraf 241 Absatz 2 Ja? Das steht in beiden ausdrücklich drin Damit ist gemeint Es gibt Schuldverhältnisse Die ausschließlich Rücksichtnahmepflichten begründen Sie können nicht auf Erfüllung des Vertrages klagen Weil es noch keinen Vertrag gibt Sondern Sie können nur Auf Rücksichtnahme klagen Und sagen, du hast mir hier Mein Bein gebrochen Oder ähnliches Bei einem Vertrag können Sie sagen Ich möchte gerne die Kaufsache haben Wenn Sie noch in Verhandlungen sind Können Sie sagen Du sollst mich nicht anspucken Du sollst mich nicht verprügeln Du sollst mir kein Gift in den Tee schütten Das ist in Vertragsverhandlungen Danach können Sie auch Erfüllung verlangen Und dann kommen die Sachen Die nächste Semester dran kommen In Schuldrecht 2 Nämlich die gesetzlichen Und die finden Sie praktischerweise Nicht in 311 folgende Weil es keine Verträge sind Sie sehen ja Die Überschrift heißt Schuldverhältnisse aus Verträgen Die kommen hingegen ganz am Ende 677 folgende 823 folgende Und 812 folgende Und im Sachenrecht noch 987 folgende Das heißt Das müssen wir zum Glück Nicht machen Wir fangen mit den Einfachsten an Weil das können Sie Hoffentlich alle noch Vom letzten Semester Nämlich Wie entstehen Rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse Und da steht drin Wir brauchen einen Vertrag Das bedeutet Wenn Sie viel Zeit haben Können Sie bei jeder Klausur wie im ersten Semester prüfen Es müssen zwei Übereinstimmende Willenserklärungen vorliegen Antrag und Annahme Und können das Ganz lange schreiben Sie haben da nur Ein Problem Weil die Zeit für die Klausur auch im Zweiten Semester Nur zwei Stunden sind Und wenn Sie davon Schon 90 Minuten brauchen Um das auch im Ersten Semester zu schreiben Haben Sie für das Worauf es ankommt Keine Zeit mehr Das heißt Nur dann Wenn da ein Problem ist Sollten Sie da Viel zu schreiben Ich habe das nochmal Auf dieser Folie Toll dargestellt Sie brauchen einen Antrag Manche sagen auch Angebot Aber Angebot Ist verwirrend Denn Angebot Werden Sie sehen Steht in 293 Bedeutet was ganz anderes Und eine Annahme Und die müssen Inhaltlich übereinstimmen Und Bezug aufeinander haben Toll Alles was Sie das ganze Semester gelernt haben Auf einer Folie Sehen Sie So einfach war Wie wie Artig Wenn Sie die Sachen haben Haben Sie Mindestens einen Einklagbaren Anspruch Bei der Schenkung Kann der Beschenkte Klagen darauf Dass er es geschenkt bekommt Mindestens einer Hatten Anspruch Sie haben aber auch Immer Pflichten Zur Rücksichtnahme Egal Ob Sie Ein Geschenk haben Oder einen Kaufvertrag Der andere Muss Sie Nett behandeln Der darf Sie nicht Treten Schlagen Beleidigen Töten Oder was auch immer Wenn er Sie tötet Ist Ihnen egal Aber So Das ist noch einfach Jetzt kommt Die erste Folie Wo drauf steht Klausur Minus Sehen Sie das Da oben rechts In der Ecke Das bedeutet Dass diese Folie Für die Klausur Die Sie jetzt machen Auf keinen Fall Relevant sein kann Ich erzähle Ihnen das Nur damit Sie hinterher Nicht sagen Ich habe Ihnen nur die Hälfte erzählt Die würde nur die halbe Wahrheit kennen Wenn Sie In Großbritannien Oder in den USA Einen Vertrag schließen wollen Haben Sie da Ein Problem Weil die sagen Solange nur geredet wird Ist alles unverbindlich Reden kostet nichts Erst dann Wenn man Schon was geopfert hat Ist der Vertrag verbindlich Das Ganze nennt sich Consideration Und der deutsche Gesetzgeber Hat sich gedacht Das ist eine nette Idee Machen wir auch mal Eine Regelung zu Im BGB Und wir geben dem Ganzen Die tolle Bezeichnung Draufgabe Ja Man würde es vielleicht Ein bisschen moderner Als Anzahlung bezeichnen Und die Regelungen Im BGB dazu Sind relativ Wichiwaschi Da steht drin Wird etwas Als Draufgabe gegeben Das heißt Leiste ich eine Anzahlung So gilt dies Als Zeichen Des Abschlusses Vertrages Damit ist gemeint Wenn Sie sagen Ich habe schon eine Anzahlung geleistet Können Sie damit beweisen Dass das wirklich Als Willenserklärung gemeint war Das belegt den Rechtsbindungswillen Wenn einer schon bezahlt hat Meint das auf jeden Fall ernst Einverstanden? Ja Zweite Aussage Die Draufgabe gilt Im Zweifel nicht Als Reugeld Damit ist gemeint Sie können den Vertrag Ja nicht einfach Widerrufen Und sagen Ich habe doch keine Lust Behalt das Geld Die Anzahlung Also sozusagen Nicht das Widerrufsrecht Was Sie schon mal Bezahlt haben Die Anzahlung Ist einfach nur Eine Anzahlung Die Anzahlung Wird aber angerechnet Auf die Gegenleistung Und wenn der Vertrag Irgendwie wieder aufgehoben wird Kriegen Sie Ihre Anzahlung Auch wieder zurück Tolle Regelungen Sie werden in Ihrem ganzen Leben Das kann ich Ihnen garantieren Nie wieder da reingucken Aber Sie wissen jetzt Es gibt solche tollen Sachen Im BGB Wenn Sie irgendwelche Großeltern haben Die groß aktiv sind Im Viehhandel Also so Pferdekauf Oder Kuhhandel Da ist das in der Tat üblich Dass man sagt Erst dann Wenn ich was gegeben habe Ist auch sicher Dass ich die Kuh bekomme Vorher ist alles unverbindlich Ja Toll Die zweite Folie Die Sie nicht wissen müssen Sehen Sie Das häuft sich ja heute Bezieht sich auf die Aussage Manche Menschen müssen Verträge schließen Das kennen Sie vielleicht Demnächst bei den Banken Jeder hat Anspruch Auf ein Girokonto Es gibt das aber auch Bei Energie Es gibt das bei Warentransport Jeder kann Bei der Post Sachen verschicken Auch wenn die Post Ehe einen nicht mag Die Postleiter also nicht sagen Ihre Nase gefällt mir nicht Wir nehmen Ihre Pakete nicht an Und es ist sogar so Jedes Taxi Muss Sie mitnehmen Das heißt Wenn Sie hochbetrunken Hier stehen Und sagen Fahr mich nach Hause Muss der Taxifahrer Sie mitnehmen Sie haben einen Anspruch darauf Sagt das BGB Es gibt keine Vertragsfreiheit Brutal aber so Dann Unabhängig davon Gibt es Direkt aus dem Grundgesetz Einen Anspruch Darauf Das ist kein Grund Zu quatschen Aus dem Grundgesetz Einen Anspruch Auf lebenswichtige Versorgung Im Krankenhaus Wenn Sie verbluten Dann muss Die Blutung Gestillt werden können Und das Ist auch wieder Vertragszwang Und dann Wird es ganz toll Diskriminierung Diskriminierung Heißt Sie werden schlechter behandelt Weil Sie Frau sind Weil Sie Mann sind Weil Sie Groß sind Weil Sie Klein sind Weil Sie Schlau sind Weil Sie Dumm sind Auch da Wenn Sie nachweisen können Dass das eine Unflässige Diskriminierung ist Können Sie möglicherweise Schadensersatzansprüche Gelten machen Noch eine Folie Die für die Klausur Nicht relevant Die Frage ist Warum sitzen Sie überhaupt Heute hier Es gibt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz Wir nennen es auch Das Türstehergesetz Das sagt uns Nämlich Hier Wenn Sie reingucken Eine Benachteiligung Aus Gründen Der Rasse Der ethnischen Herkunft Des Geschlechts Der Religion Einer Behinderung Des Alters Oder der sexuellen Identität Darf bei der Begründung Eines Schuldverhältnisses Nicht berücksichtigt werden Wenn es sich um Ein Massengeschäft Handelt Das heißt Wenn der Türsteher sagt Du kommst hier nicht rein Dann müssen Sie sagen Diskriminieren Sie mich Wegen Geschlecht Alter Rasse Oder Ähnlichem Und wenn er sagt Ausländer mag ich nicht Dann können Sie sagen Ha Ich habe einen Anspruch Dann Sehen Sie Das ist alles geregelt Solche tollen Regelungen Haben wir im BGB Äh im AGG In dem Fall So Jetzt kommen wir aber Zu den Wichtigeren Regeln 311 Absatz 1 Haben wir uns angesehen Da steht drin Schuldverhältnisse Entstehen durch Verträge Wenn wir jetzt weiter gucken Wenn wir jetzt weiter gucken finden wir danach 311 A 311 B Und 311 C Die sind relativ unspektakulär 311 A Sagt in Absatz 1 Ein Vertrag ist auch dann wirksam Wenn der Schuldner Nicht zu leisten braucht Da geht es um so Sachen wie Sie schließen einen Vertrag Mit der Hexe H Dass sie ihre Erdfeindin Oder ihren Erdfeind verhexen soll Oder ihren Geliebten Oder ihre Geliebte G Verzaubern soll Dass sie sich in sie verliebt Solche Verträge kann man abschließen Im Rahmen der Vertragsfreiheit Und 311 A Absatz 1 sagt Dieser Vertrag ist wirksam Auch abergläubige Verträge Können sie schließen Sie können weiterhin Sagen Ich möchte gerne Ein Konzert haben Von einer Konzertkünstlerin Sie verhandeln Sie schließen den Vertrag Und in dem Moment Stirbt derjenige Pech gehabt Dann kann er auch Kein Konzert mehr anbieten Der Vertrag ist trotzdem wirksam Sie können zwar nicht mehr Auf das Konzert klagen Weil derjenige tot ist Aber ist alles möglich Und dann natürlich noch Ganz triviale Fälle Sie verkaufen Ihr Fahrrad Was da vorm Juridikum steht Wissen aber nicht Dass hier der professionelle Fahrradräuber F rumläuft Und zufällig gerade Ihr Fahrrad Vor einer Sekunde Mitgenommen hat Dann ist der Kaufvertrag Über ihr Fahrrad Wirksam Obwohl sie ihn nicht Erfüllen können Ja Das sagt 311 A Absatz 1 Sie können das Blaue Vom Himmel herunter versprechen Sie können den Eiffelturm verkaufen Sie können Big Ben verkaufen Gar kein Problem Die Verträge sind alle Wirksam Das sagt 311 A Absatz 1 Jetzt sagen Sie Was ist denn der Wert Wenn ich so einen Vertrag schließe Der nicht erfüllbar ist Das steht hier in dem roten rechts Da steht nämlich drin Sie kriegen Schadensersatz Statt der Leistung Das heißt Sie werden durch eine Geldzahlung So gestellt Als wäre der Vertrag Richtig erfüllt worden Das ist bei einigen Fällen Einfacher Als bei anderen Also beim Fahrrad Kann man sich ungefähr vorstellen Kriegen Sie das Geld Fürs Fahrrad Beim Verhexen Wird es ein bisschen schwieriger Also wie viel Ist das Verhexen denn wert Wenn es geklappt hätte Also Sie sehen Da gibt es dann Gewisse Schwierigkeiten Die machen wir aber später 311 B BGB Den haben Sie Letztes Semester Hoffentlich alle schon mal gesehen Und zwar da Den Absatz 1 Satz 1 Der sagt nämlich Wenn Sie sich verpflichten Eigentum In einem Grundstück Zu übertragen Brauchen Sie dafür Die notarielle Beurkundung Haben Sie alle gesehen Ja Einverstanden Was Sie nicht gesehen haben Ist dass die Norm Noch viele andere Absätze hat Zum Beispiel einen Absatz 2 Wenn Sie sich verpflichten Ihr künftiges Vermögen Zu übertragen Die sagen also Alles Geld Was ich ab sofort bekomme Sollst du kriegen Das klingt irgendwie So ein bisschen nach Betrügerischer Masche Und deshalb Ist so ein Vertrag Von vornherein nichtig Da können Sie noch So viele Notare einschalten Der Vertrag ist unwirksam Gesetzliches Verbot 134 BGB Unwirksam Absatz 3 sagt Wenn Sie sich verpflichten Ihr gegenwärtiges Vermögen Zu übertragen Im Sinne von Was weiß ich Sie kennen das aus dem Märchen Der König sagt Wer meine Tochter rettet Der bekommt das halbe Königreich Das können Sie auch In Realität machen Dann sagt 311 B Absatz 3 Brauchen Sie aber wieder Den Notar Ja Wenn der König Ihnen verspricht Finde meine Tochter Dieses halbe Königreich Rennen Sie erst zum Notar Bevor Sie es machen Dann Absatz 4 Verträge über den Nachlass Lebender Personen Damit ist gemeint Sie haben einen reichen Opa Und bevor der stirbt Gehen Sie schon hin Und verkaufen überall so Wertpapiere Für dessen Erben An dem Motto Ich werde irgendwann Das Erbe von Opa kriegen Hier Ich gebe dir schon mal 100 Euro vom Erbe Und dir 100 Euro Das dürfen Sie Auch nicht Eine Ausnahme Steht in Absatz 5 Wenn Sie das unter Den Erben machen Wenn alle sozusagen Erben sind Dann ist das zulässig Dann brauchen Sie aber wieder Den Notar Für die Klausur Relevant Ist eigentlich immer nur Absatz 1 Gut, dass wir wissen Dass es auch ein paar andere Absätze gibt Aber es passiert keinen Wichtig ist auch Die Regelung gilt Nur für das Verpflichtungsgeschäft Das heißt nur für Das Schuldverhältnis Das hat nichts mit Sachenrecht zu tun Es gilt Zudem Nach herrschender Meinung Analog auch für Alle Verträge Die mittelbar Einen Zwang ausüben Das kennen Sie Vielleicht noch Von der unwiderruflichen Vollmacht Wenn ich Ihnen Eine Vollmacht gebe Und sage Sie dürfen Mein Grundstück verkaufen Und ich darf die Nicht mal widerrufen Dann muss diese Vollmacht auch Notariell beurkundet werden Weil sonst der Notar Seinen Zweck nicht mehr Erfüllen kann Dann Gesamter Vertragsinhalt Muss beurkundet werden Das heißt Es reicht nicht Wenn Sie den einen Teil beurkunden Ich übertrage Mein Grundstück Sondern es muss auch Der Kaufpreis beurkundet werden Es muss auch Möglicherweise Eine Räumungspflicht Vereinbart werden All das muss Im notariellen Vertrag sein Ganz oder gar nicht Und Last but not least Wenn ein Teil fehlt Greift 139 Das bedeutet Im Zweifel ist dann Der ganze Vertrag Unwirksam Wenn auch nur ein Teil Nicht beurkundet worden ist So Harmloser ist 311c Gucken wir uns den mal Ganz kurz an Verpflichtet sich jemand Zur Veräußerung Oder Belastung Einer Sache So erstreckt sich Diese Verpflichtung Im Zweifel Auch das Zubehör der Sache Damit ist gemeint Wenn Sie ein Landwirtschaftliches Grundstück haben Mit tollen Maisfeldern Und Sie haben da auch einen Traktor Um den Mais zu ernten Dann ist mit dem Kaufvertrag Über das Grundstück Auch der Traktor Mitverkauft Der Traktor Gehört dann zum Grundstück Das sagt 311c Auch nicht so spannend Dass wir da jetzt Viel zu sagen müssen Aber Sie wissen jetzt Zubehör wird im Zweifel Mitverkauft Zubehör Ist jede Sache Die der Hauptsache Zu dienen bestimmt ist Zum Beispiel Der Mixeraufsatz Nummer 36 Für Ihren Handmixer Eine Sache Die wir uns dann Näher angucken müssen Ist 242 BGB 242 BGB Ist im Zivilrecht Eine überbelastete Norm Wenn Sie sich den Wortlaut mal angucken Steht da drin Der Schuldner ist verpflichtet Die Leistung so zu bewirken Wie Treu und Glauben Mit Rücksicht Auf die Verkehrssitte Es erfordern Dummerweise Wird das nicht so gelesen Wie es im Gesetz steht Man ist hingegangen Und hat der Schuldner Durchgestrichen Und hat in Gedanken Darüber geschrieben Jede Partei Erstes Problem Zweites Problem Die Leistung so zu bewirken Hat man auch noch durchgestrichen Und hat gesagt Sich so zu verhalten Das heißt Eigentlich lautet die Norm Wie wir sie heute anwenden Jede Partei Ist verpflichtet Sich so zu verhalten Wie Treu und Glauben Mit Rücksicht Auf die Verkehrssitte Es erfordern So müssen Sie die Norm Lesen Sie werden Wenn Sie sich Länger mit Jura befassen Feststellen Immer dann Wenn ein Gericht sagt Das ist aber unfair Kommt Ja das ist aber Treuwidrig Das verstößt gegen Treu und Glauben Und nach 242 Muss das Ergebnis ändern So machen die Gerichte das Jetzt denken Sie sich Coole Sache Ich schreibe bei der Klausur Einfach irgendwas hin Und am Ende sage ich Jetzt gucke ich noch mal Ob das Ergebnis stimmt Das habe ich ernsthaft Sogar mehrmals so gelesen Schon mal in Klausuren Deshalb sage ich Ihnen Jetzt schon mal Achtung Sie schreiben hier Keine Klausur Im öffentlichen Recht Im öffentlichen Recht Gibt es immer Eine Verhältnismäßigkeitsprüfung Und diese Verhältnismäßigkeitsprüfungen Sind reine Laberübungen Wo dann gesagt wird Ja das finde ich aber wichtiger Also sagen wir mal hier Meinungsfreiheit Ist wichtiger Als Interesse An der Verbindung Zur Türkei Das würde man im öffentlichen Recht dann diskutieren Im Zivilrecht Können Sie Und dürfen Sie das Auf keinen Fall Wenn Sie Als Nicht-BGH Und da stellen wir Wir sind alle nicht Beim BGH In der Klausur Überhaupt 242 Anwenden wollen Dann beschränken Sie sich bitte Auf anerkannte Fallgruppen Und diese Fallgruppen Haben Sie teilweise Im BGB-AT gemacht Und die werden wir teilweise Auch hier nochmal Machen Fangen wir mit Einigen Fallgruppen an Die Sie noch hören werden Hier steht was Tolles Auf Latein Sie sehen ich kann auch Latein Toll Dolo agit quipetit Quot statim rediturus est Soll bedeuten Böse handelt Wer etwas verlangt Was sofort zurückzugeben ist Ja Also wenn Sie was verlangen Was Sie sofort zurückgeben müssen Ist das Unsinn Und deshalb Dürfen Sie das nicht Dann 242 Spielt immer eine Rolle Bei der Konkretisierung von Pflichten Dazu werden wir nächste Woche Drei Beispiele machen Und wenn Sie die können Können Sie alles Dann Die wirtschaftliche Unzumutbarkeit Wenn Menschen Letztendliche soziale Hilfe Anheimfallen würden Dann spricht viel dafür Dass das total unfair ist Und dann machen wir das nicht Unredlicher Rechtserwerb Das meint Wenn Sie Rechte erworben haben Indem Sie gelogen und betrogen haben Dürfen Sie diese Rechte nicht geltend machen Kündigung zur Unzeit heißt Sie dürfen niemanden kündigen Der gerade einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat Oder wo Sie genau wissen Dass er nicht erreichbar ist Und Die letzte Gruppe kennen Sie Das widersprüchliche Verhalten Das ist dieser berühmte Parkplatzfall Wo jemand auf einen Parkplatz fahren will Und da Ruft Ich zahle aber heute nicht Und der Parkwächter guckt nur verständislos Und am Ende fährt er raus und sagt Ich habe heute Morgen gesagt Ich zahle nicht Und dann sagt er Er kriegt trotzdem Geld Jetzt ist die Schranke nicht hoch Also Sie kennen diese Fälle Wenn nicht Ist es auch nicht schlimm Der kommt nämlich gleich nochmal Da ist nämlich dieser Fall Das ist der berühmte Hamburger Parkplatzfall Sie kennen alle Hamburg Hamburg ist eine tolle Stadt Und In Hamburg gibt es Ein Rathaus Und vor dem Rathaus gibt es einen Platz Und vor vielen Jahren Das muss ungefähr vor 50 Jahren gewesen sein Konnte man da kostenlos parken Und Wie es so kam Haben natürlich alle da geparkt Und dann hat die Stadt gesagt Wir brauchen dringend Geld Weil wir sind überschuldet Und deshalb Haben die dann Eine Parkgebühr eingeführt Und einige Bürger Fanden das nicht so gut Und es kam Wie es kommen musste Einer fuhr auf den Parkplatz Und rief ganz laut Hey Ich zahle heute nicht Und der Parkwächter Guckt so verständnislos Und abends Kommt dann zurück Holt sein Auto ab Und sagt Ja Mach mal die Schranke hoch Ich muss ja nicht zahlen Habe ich heute Morgen mit dir vereinbart Und die Frage Die wir uns stellen müssen Ist jetzt Gibt es Einen Anspruch Der Stadt Gegen P Also ein Anspruch S gegen P Auf Zahlung der Parkgebühren Von 4 Euro Und dazu stellen wir uns Erstmal die Frage Was ist das für ein Vertrag Und ich sage Ihnen die Antwort Das ist ein Verwahrungsvertrag Und der Verwahrungsvertrag Ist geregelt In Paragraf 688 BGB Und dann fragen wir uns Ist hier ein Entgeltlicher Verwahrungsvertrag Zustande gekommen Und was brauchen wir dafür Ausnahmsweise mal In dieser Vorlesung Damit ein wirksamer Verwahrungsvertrag Zustande gekommen ist Was denken Sie Was braucht man dafür Same procedure as last year Könnte man sagen Ja Hervorragend Wir brauchen Zwei korrespondierende Willenserklärungen Einen Antrag Und eine Annahme Fangen wir mit der Einfachen Willenserklärung An Wessen Willenserklärung Ist hier die Unproblematische In diesem Fall Wie der Stadt Die Stadt Die Stadt hat nämlich Ein Schild aufgestellt Und gesagt Bei uns parken 4 Euro Das heißt Wir haben einen Antrag Der Stadt Auf Abschluss Eines Verwahrungsvertrages Haben wir auch Eine Annahme Dieses Antrags Für 4 Euro Das Auto Sicher zu parken Woher wissen wir das Ob wir eine Annahme haben Das ist ja Schwierig Das haben Sie ja Letztes Semester Jeden Tag gemacht Ja Ja In der Tat Eine ausdrückliche Haben wir gerade nicht Ausdrückliche hat er gesagt Ich will kostenlos parken Ich will also keinen Entgeltlichen Vertrag abschließen Und einen unentgeltlichen Und Sie wissen Eine Annahme Unter Änderungen Gilt als Ablehnung In Verbindung mit einem Neuen Antrag Paragraf 150 BGB Aber wir können Eine Konkludente haben Indem er das Ganze Einfach durch Benutzen des Parkplatzes Angenommen hat Jetzt haben wir aber Dummerweise halt Diese ausdrückliche Erklärung Wie verhalten sich Ausdrückliche und Konkludente Erklärungen Zueinander grundsätzlich Was meinen Sie Wir legen aus Nach 133 157 Ja Die ausdrückliche hat Vorrang Nach 157 Legen wir aus dem Empfängerhorizont aus Das heißt Wir überlegen uns Was würde jemand denken Der da in dem Häuschen sitzt Und die Antwort lautet Der spinnt ja Aber der hat gesagt Er will nicht bezahlen Also will er wohl Das normale Ergebnis Damit dieses normale Ergebnis Das uns aber allen Nicht gefällt Hier korrigiert werden kann Greift man zurück Auf 242 Und sagt Möglicherweise Ist die ausdrückliche Erklärung Unbeachtlich Und 242 Hat immer Zwei Voraussetzungen Erstens Das Verhalten Des Parkenden Muss hier Treuwidrig sein Das heißt Wenn wir 100 Leute fragen Würden von den 100 Leuten Alle Die wir als Gerechte Menschen Ansehen Sagen Das darf der nicht Wenn auch nur Ein einziger Mensch Den Sie als gerecht Beurteilen Sagen würde Ist okay Dann haben Sie ein Problem Also Jeder Mensch Der was anderes sagt Müssen gleich sagen Der hat ja keine Ahnung Und der ist total unfair Und der ist ein Idiot Das ist der Test Wenn dieser Test bestanden ist Haben Sie Stufe 1 Hinter sich gebracht Und man sagt Jeder Mensch Auf der Straße sagt Es kann nicht sein Dass ich bezahle Und der nicht Und deshalb sagt jeder Mensch Das ist treuwidrig Auf einen Bezahlpark Mal zu fahren Und zu sagen Ich bezahle nicht Die zweite Voraussetzung ist Dass der andere Vertragspartner Der Benachteiligte Besonders schutzbedürftig ist Und man sagt Die Stadt ist hier Besonders schutzbedürftig Weil was soll die denn machen Die kann ja schlechter Das Auto kaputt hauen Und sagen Du kommst hier nicht rein Das heißt Die Stadt ist schutzbedürftig Und der verhält sich unfair Also Ist seine Erklärung Nach 242 Also die Aussichterklärung Unbeachtlich Und es gilt nur Das tatsächlich geäußerte Verhalten Also hat er das Angebot angenommen Also muss er bezahlen Sehen Sie BGB so einfach Jetzt kommt ein Fall Der ist eine Stufe schwieriger Wir haben Den Graf V Und Graf V Verkauft dem geschäftlich Völlig naiven K Ein Grundstück Als K Fragt Ob man nicht Einen Notar hinzuziehen Müsst Zerstreut V Diese Zweifel Mit dem Hinweis Dass der Vertrag Ja seine Unterschrift trage Und sein Name Graf So gut sei Wie jede notarielle Beurkundung Als K Später Übereignungsgrundstücks verlangt Beruft sich V Auf die Formlichkeit des Vertrages Kann K Von V Übergaben Übereignungsgrundstücks verlangen Und die Frage ist Was ist die Anspruchsgrundlage Das ist ja nicht schwierig Was könnte die Anspruchsgrundlage sein Ja jetzt aber nichts Zwei Stunden Raten Keine Zeit hier Was meinen Sie Zweite Reihe Dritter von rechts Anspruchsgrundlage Für Übergabe Und Übereignung eines Grundstücks Was könnte das sein Ja Ja Ganz normal Der Kaufvertrag Das heißt 433 Absatz 1 Satz 1 BGB Der gilt nicht nur Für bewegliche Sachen Der gilt genauso auch Für Grundstücke Was brauchen wir Für einen Anspruch Aus 433 Absatz 1 Satz 1 Ach Nicht schwierig Ja Ja Wir brauchen eine Einigung Das heißt Wir brauchen zwei Übereinstimmende Willenserklärungen Haben wir die Ja Wir haben eine Einigung Was brauchen wir denn Dann noch Wo könnte das Problem liegen Wenn wir eine Einigung haben Ist alles Geritzt Problem gelöst Ja Hervorragend Die Einigung könnte nichtig sein Nach § 125 Satz 1 BGB Da steht drin Ein Vertrag ist unwirksam Wenn er nicht die gesetzlich vorgeschriebene Form hat Frage Was ist die gesetzlich vorgeschriebene Form Haben wir eben gesehen 311 B Absatz 1 Satz 1 Notarielle Urkundung Grafen Selbst wenn sie als Anwalt tätig sind Können nichts notariell beurkunden Die sind also Nicht beurkundungsfähig Das heißt Die Form ist nicht eingehalten Das heißt Der Vertrag Ist Nichtig Dieses Ergebnis Könnte aber wieder Ungerecht sein Ja Sie erinnern sich Ich habe eben gesagt § 242 Immer wenn es Ungerecht ist Es könnte sein Dass es missbräuchlich ist Sich hier Auf die Formvorschrift Zu berufen Frage Ist das missbräuchlich Wenn sich der Graf In unserem Fall Darauf beruft Hier Hätsel notariell Beurkunden lassen können Mann bist du doof Ja Naja Hat sich ja vorher Selbst dafür eingesetzt Dass es nicht notariell beurkundet wird Und sich dann darauf zu suchen Dass es nicht notariell beurkundet wird Kann man noch nicht falsch Ja In der Tat kann man sagen Es ist ja irgendwie Eine miese Masche In Anführungszeichen Erstmal diejenigen Vom Urkunden abzuhalten Und hinterher zu sagen Ja hättest du es mal gemacht Pech gehabt Das heißt Die Treuwidrigkeit Liegt vor Aber Was haben wir gelernt Wir brauchen nicht nur Die Treuwidrigkeit Sondern was brauchen wir Zusätzlich noch Als zweite Voraussetzung Ja Der Vertragspartner muss besonders Schutzbedürftig sein Frage Ist hier Unser K Besonders Schutzbedürftig Was meinen Sie Ja Ja In der Tat Er ist zwar unerfahren Aber Unerfahrenheit Alleine Schützt nicht Weil die notarielle Beurkundung Hat ja eine wichtige Bedeutung Sie soll Informieren Sie soll warnen Über die Risiken Und diese Funktion Kann sie nicht erfüllen Wenn gerade die Besonders Unkundigen Hier nicht zum Notar Gehen würden Das heißt Für die Schutzbedürftigkeit Reicht es nicht aus Dass er unkundig ist Gut Damit wissen wir schon Was nicht ausreicht Jetzt fragen Sie sich Was reicht denn aus Und das Lernen Sie Nächste Woche In der AG Da machen Sie nämlich Den Fall 1 Zur AG Und in Fall 1 Geht es genau Um dieses Problem Nämlich Wann ist derjenige Schutzbedürftig Aber in diesem Fall Hier eher Nicht Gut Dann kommt jetzt das Nicht so spannende Kapitel Das war jetzt die ganze Wiederholung des ersten Semesters Jetzt sind Sie alle verwirrt Können eine Stunde Quatschen So Gesetzliche Schuldverhältnisse Gesetzliche Schuldverhältnisse kommen in der Klausur nicht dran Deshalb steht da oben rechts Sehen Sie das Klausur Minus Gesetzliche Schuldverhältnisse gibt es aus einem ganz einfachen Grunde Sie können nicht mit jedem Menschen auf der Welt einen Vertrag abschließen Wenn jemand kommt und Ihr Auto mit seinem Schlüssel zerkratzt Haben Sie mit dem vorher regelmäßig keinen Vertrag geschlossen Wenn Ihr Haus brennt und irgendjemand kommt und löscht das Können Sie mit dem vorher keinen Vertrag schließen zum Löschen Der Grund ist schlicht Es wäre viel zu aufwendig für alle Eventualitäten des Lebens mit jedem Menschen auf der Welt einen Vertrag zu schließen Und um Ihnen die Arbeit abzunehmen hat der Gesetzgeber gesagt Dann machen wir es halt automatisch für alle Das ist der Sinn Gesetzliche Schuldverhältnisse Man würde auch sagen die Transaktionskosten sind zu hoch weil es zu lange dauert zu diskutieren und zu verhandeln Sie kennen bereits ein gesetzliches Schuldverhältnis ein einziges Meine Güte ist ja hier Ich fühle mich enttäuscht Sehen Sie? Gleich fange ich an zu weinen Das wollen Sie gleich auf Video sehen 179.1 haben Sie letztes Semester kennengelernt Und 179 Absatz 1 sagt Schließt jemand als Vertreter ohne Vertretungsmacht einen Vertrag So kann der andere von ihm Erfüllung verlangen Und ein Fehler den ich ungefähr eine Milliarde Mal in meinem Leben in Klausuren gesehen habe bis zum Examen hin dass die Leute gesagt haben dann kommt ein Vertrag zustande zwischen dem Vertreter und dem Geschäftspartner Das sagt das Gesetz nicht Da steht nicht es kommt ein Vertrag zustande Lesen Sie das Gesetz Das Gesetz sagt der kann Schadensersatz oder Erfüllung verlangen und das ist ein gesetzliches Schuldverhältnis Das heißt eines kennen Sie schon Sehen Sie? Braucht gar nicht mehr das dritte Semester zu gehen kennen alles schon Ansonsten haben wir noch so tolle wie die GOA die Ungerechtfertigungsbereicherung das Deliktsrecht und das EBV Das sind die vier gesetzlichen Schuldverhältnisse die man kennen muss es gibt auch den Erbschaftsanspruch der interessiert aber keinen weil das Erbrecht ist GOA ist das Recht der Helden Menschen die was tun ohne vorher gefragt worden zu sein die opfern sich auf für sie und helfen ihnen das ist das Recht der GOA sie brauchen dafür ein Geschäft für jemand anderes ohne einen Rechtsgrund im Interesse und mindestens mit dem mutmaßlichen Willen desjenigen der begünstigt wird und kriegen dafür Aufwendungsersatz das heißt wenn Sie sich die Schuhe verbrennen beim Feuerlöchen kriegen Sie neue Schuhe tolle Sache super Nummer ungerechtfertigte Bereicherung haben Sie letzte Semester schon mal gelernt so grob wenn jemand aus dem Grund des nichtigen Vertrages Ihnen irgendwas zahlt dann kriegt das Geld wieder zurück nach 8.12 und das fiese hier ist nur dass es die Möglichkeit der Entreicherung gibt das heißt wenn der selber das Geld schon verfressen hat oder damit auf die Malediven gejettet ist dann kriegen Sie gar nichts mehr so hart sind die Zeiten 8.23 habe ich Ihnen auch schon gesagt Sex and Crime im Zivilrecht da geht es um Mord Totschlag Betrug Lug Trug alles dabei Sexualdelikte Sie können alles haben hier Böhmermann alle sind da hier 8.23 Deliktsrecht Voraussetzung viel einfacher als im Strafrecht übrigens Sie brauchen irgendein absolut geschütztes Recht zum Beispiel Körper Eigentum Gesundheit Leben Freiheit Ehre das muss verletzt werden dann prüfen Sie Kausalität dann brauchen Sie noch Rechtswidrigkeit die liegt vor wenn keine Rechtsfertigungsgründe vorliegen dann brauchen Sie Verschulden Vorsatz oder Fahrlässigkeit spielt keine Rolle eins von beiden reicht und dann kriegen Sie einfach nur den Schadensersatz Sie sehen anders als im Strafrecht baut man hier nicht so auf mit objektiver Tatbestand subjektiver Tatbestand sonst wird einfach ganz sauber gesagt irgendwie verschulden irgendwie passt das schon ja und EBV ist auch nicht so schwierig Sie haben Ihr Buch und denken es wäre Ihres in Wirklichkeit ist es aber geklaut dann müssen Sie es zurückgeben dann müssen Sie wenn da Seiten rausgerissen sind möglicherweise Schadensersatz leisten und ähnliches das steht in 987 folgende gut das war das was Sie nicht wissen müssen und jetzt kommen wir zu dem was Sie wissen müssen nein also wissen müssen Sie nochmal alles zu rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnissen und zu 242 und wissen müssen Sie das was jetzt kommt nämlich 311 Absatz 2 und Absatz 3 also Absatz 1 haben wir eben gemacht jetzt kommt Absatz 2 und Absatz 3 und wenn Sie sich den angucken ist die Norm nicht schwierig die Norm sagt Ihnen nämlich ein Schuldverhältnis entsteht auch durch Aufnahme von Vertragsverhandlungen was das ist liegt relativ auf der Hand der eine sagt Angebot und der andere sagt ich überlege es mir wenn er angenommen hat wäre der Vertrag schon zustande gekommen aber solange man noch über den Vertrag redet sind das Verhandlungen das zweite ist die Anbahnung eines Vertrages und das ist etwas schwieriger die Idee dabei ist es gibt Situationen wo man noch nicht verhandelt weil man nicht miteinander redet insbesondere bei Selbstbedienung im Supermarkt gehen Sie hin haben einen Einkaufswagen packen da einfach Sachen rein da machen Sie nicht jedes Mal Angebot 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 sondern Sie wissen Sie machen erst dann einen Antrag wenn Sie das auf das Kassenband legen das heißt es gibt auch keine Verhandlungen weil es keinen Menschen gibt mit dem Sie reden können deshalb sagt hier Nummer 2 auch die Anbahnung eines Vertrages auf andere Weise als ich Verhandlungen reicht für ein solches Schuldverhältnis und last but not least noch weiter sind die ähnlichen geschäftlichen Kontakte das heißt jede Fallgruppe wird weiter in der Klausur bedeutet das Sie gucken sich an ist es Vertragsverhandlungen wenn ja brauchen Sie die beiden anderen Sachen sich gar nicht mehr anzugucken ist es keine gehen Sie direkt auf die Anbahnung prüfen keine Verhandlungen ist es keine Anbahnung prüfen Sie direkt die ähnlichen geschäftlichen Kontakte und müssen die beiden anderen Sachen gar nicht mehr ansprechen Sie prüfen also nur das was auf Ihren Fall passt Sie prüfen die beiden anderen Sachen im Kopf durch wenn die nicht passen gehen Sie direkt zum dritten in den Kopf durchprüfen nicht schreiben Absatz 3 ist viel komplizierter deshalb machen wir ihn auch etwas später noch der sagt Ihnen man kann auch verpflichtet werden wenn man nicht Vertragspartei werden sollte das sind Fälle wo zum Beispiel ein Gutachter kommt der guckt sich ein Pferd an und sagt dieses Pferd ist gesund und daraufhin wird der Pferdekaufvertrag geschlossen und das Pferd ist krank dann hat der Käufer meistens keinen Vertrag mit dem Gutachter das Pferd für gesund befunden hat und trotzdem soll der Schadensatz kriegen können das gewährleistet 311 kein Vertrag mit dem Gutachter aber trotzdem Schadensersatz warum gibt es diese Regelung fragen Sie sich fragen Sie sich vielleicht auch nicht es gibt nämlich auch diesen 823 den ich eben schon gezeigt habe der nämlich sagt wer vorsätzlich oder fahrlässig irgendein Recht eines anderen widerrechtlich verletzt ist dem anderen zum Ersatz des danach entstehenden Schaden verpflichtet und es gibt auch eine weitere Norm 831 Sie sehen da steht immer Klausur Minus das heißt das müssen wir alle nicht kennen toll 831 sagt Ihnen wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet den der anderen Ausführung der Verrichtung widerrechtlich zufügt das bedeutet wenn ich sagen wir mal einen Auftragskiller bestelle der Sie umbringen soll dann hafte auch ich auf Schadensersatz weil der meinen Weisungen entsprechend tätig wird wenn ich einen Handwerker habe wenn ich Chef eines Handwerksbetriebes bin und meine Mitarbeiter gehen aufs Dach und werfen aus Spaß mit Ziegelsteinen nach den Passanten ja also zack ab und zu erwischen sie einen dann hafte ich als Chef für den Mist den meine Angestellten bauen davon gibt es eine Ausnahme das ist Satz 2 und das nennt sich Exkulpation wichtig mit K nicht mit C ja Exkulpation und das bedeutet folgendes Sie können sagen die waren bisher immer total zuverlässig ich habe denen total vertraut das sind super Leute die haben noch nie Steine geworfen wenn Sie das als Chef beweisen können sind Sie aus der Haftung raus Sie haften nur dafür dass Sie schlecht ausgewählt oder schlecht überwacht haben diese Regelungen haben die Idee gehabt man soll geschützt werden auch in großen Unternehmen wo irgendwie der kleine Pimpf aus der letzten Reihe sie mit Steinen bewirft da sollen sie geschützt werden das hatte der Gesetzgeber des Jahres 1900 vor Augen er hatte aber übersehen dass natürlich alle Chefs beweisen können dass immer alle ihre Mitarbeiter total zuverlässig sind also alle Chefs kriegen das immer hin die sind immer alle total super das zweite Problem ist in vielen Unternehmen ist es so Sie können gar nicht sagen wer den Stein geworfen hat Sie wissen irgendjemand hat den Stein geworfen aber war es der A der B der C der D wissen Sie gar nicht das heißt Sie als Opfer sind total arm dran und deshalb deshalb hat der Gesetzgeber gesagt nehmen wir eine bessere Regelung Nämlich 280 BGB 280 BGB hat allerdings folgende Voraussetzungen erstens brauchen Sie ein Schuldverhältnis jetzt sagen Sie das ist ja nicht schwierig haben wir gerade gelernt was das ist zweitens brauchen Sie eine Pflicht sehen Sie das steht also im Gesetz brauchen Sie gar nicht so auswendig zu lernen das ist toll an dem Gesetz drittens brauchen Sie vertreten müssen und viertens brauchen Sie einen Schaden und zwar einen hierdurch entstandenen Schaden das heißt Sie brauchen Kausalität und Schaden steht alles im Gesetz jetzt sagen Sie sich ob ich jetzt 823 oder 280 mache ist ja kein Unterschied doch der Unterschied besteht darin dass hier dieses Vertreten müssen vermutet wird das heißt Sie als Opfer müssen nicht beweisen dass irgendjemand absichtlich nach Stein geworfen hat Sie müssen nur beweisen ich bin vom Stein getroffen worden und dann muss der beweisen ich bin es nicht schuld das ist der große Vorteil erstmal ansonsten einfaches Prüfungsschema das finden Sie auch im AG-Skript das finden Sie auch im Vorlesungsskript das finden Sie überall das finden Sie auf einer von den Karteikarten dieses Schema sollten Sie können nicht heute nicht morgen aber Ende des Semesters das steht da oben wichtig das steht nicht Klausur Minus so um jetzt diesen Bogen zu diesem 823 zu kriegen den ich eben gezeigt habe der 823 haben Sie eben gesehen schützt sonstige Rechte der 241 wenn Sie die Liste angucken steht da drin er schützt Rechtsgüter Rechte und Interessen das heißt auch da tauchen Rechtsgüter auf das heißt die überschneiden sich die schützen beide exakt das gleiche die stehen einfach so nebeneinander und jetzt kommen wir zu dem Fall wo es endlich mal eine Rolle gespielt hat das ist der legendäre Linoleumrollenfall kein Mensch kauft mehr Linoleum aber damals war das in das Reichsgericht wenn Sie das lesen wollen das ist in einer schönen Schnörkelschrift oder Sie kaufen sich mein Buch da gibt es auf CD in normalen Druckbuchstaben nicht in Frakturschrift also K wollte im Baumarkt des V neues Werkzeug kaufen im Geschäft wurde von einer umstürzenden Linoleumrolle verletzt die ein bislang stets zuverlässiger Angestellter A des V infolge von Unachtsamkeit nicht ausreichend gesichert hatte K verlangt von V Ersatz einer Behandlungskosten und Zahlung von Schmerzensgeld und wir fragen uns hat K gegen V einen Anspruch aus 831 BGB oder oder und oder aus 280 Absatz 1 in Verbindung mit 241 Absatz 2 in Verbindung mit 311 Absatz 2 und wir fangen an mit diesem komischen 831 den Sie nicht kennen müssen und wir gucken uns die Norm nochmal genauer an an einem echten Fall damit Sie das Problem sehen Sie erinnern sich an den Paragraphen der war eben auf der Folie 831 wenn wir das angucken dann steht da Ersatz eines Schadens den der andere widerrechtlich zufügt das heißt wir brauchen zunächst mal einen Schaden eine Verletzung haben wir hier den wer von einer Linoleum Rolle getroffen worden ist der ist am Körper verletzt wenn Sie mal einen abbekommen haben dann sehen Sie hinterher nicht mehr so gut aus Sie wiegen verdammt viel Zweitens brauchen wir Widerrechtlichkeit Widerrechtlichkeit heißt dasselbe wie Rechtswidrigkeit und was wissen wir alle über Rechtswidrigkeit im Strafrecht genauso im Zivillrecht wie immer was ist mit Rechtswidrigkeit ja die Rechtswidrigkeit liegt vor wenn wenn keine Rechtfertigungsgründe vorliegen gibt es hier irgendeinen Rechtfertigungsgrund Notwehr Notstand irgendwas Einwilligung ja wirf die Linoleum auf mich komm wirf nein gibt es nicht also die Widerrechtlichkeit liegt hier vor aber was habe ich Ihnen gesagt 831 Absatz 1 Satz 2 man kann sich exkulpieren und zwar wann wann klappt das immer 831 Absatz 1 Satz 2 ja wenn man den Verrichtungsgehilfen ordentlich ausgewählt hat hier steht hier steht im Sachverhalt auch so nicht drin er war immer zuverlässig ein toller Typ damit kommen wir hier hin wenn er exkulpiert ist beweist er damit ich bin es nicht schuld wenn er nicht schuld ist muss er auch keinen Schadensatz leisten und damit steht der arme Kerl jetzt im Krankenhaus hat einen Anspruch gegen diesen tollen Angestellten im Baumarkt ein Angestellter im Baumarkt hat aber meistens kein Geld da ist also nichts zu holen und damit kann er seine aufwendige OP und alles selber aus eigener Tasche bezahlen und Schmerzensgeld kriegt er auch nicht der arme Kerl so ein hartes Opfer unserer Gesellschaft und dieses Ergebnis fanden die Gerichte nicht fair und jetzt hätte man meinen können sie haben 242 genommen das haben sie auch genommen weil es damals den 311 Absatz 2 noch nicht gab aber wir haben heute den 311 Absatz 2 und den prüfen wir jetzt und den müssen Sie auch mal kennen deshalb steht er jetzt wichtig bei dem Anstand Klausur Minus sehen Sie das ändert sich 311 Absatz 2 ist keine Anspruchsgrundlage die Anspruchsgrundlage ist 280 Absatz 1 BGB das ist die Norm die ich eben hatte 280 Absatz 1 was brauchen wir für 280 Absatz 1 als allererste Voraussetzung das ist der Gedächtnistest was haben Sie vor 5 Minuten gehört ein Schuldverhältnis und worin könnte hier das Schuldverhältnis liegen haben wir einen Vertrag nein haben wir nicht was könnten wir stattdessen haben ja ja Kulpa in Contrahendo vielleicht mal ganz genau im Gesetz was könnte es sein ja es könnte sein 311 Absatz 2 Nummer 2 die Anbahnung eines Vertrages warum ist es hier keine Vertragsverhandlung ja ja im Grunde der Vorwurf ist er ist im Laden aber er hat damit keinem gesprochen es gibt keine Erklärung die er abgegeben hat das ist das eigentliche Problem also der Einwand ist er hat keinen Gesprächspartner gehabt damit haben wir eine Anbahnung dann brauchen wir als nächstes eine Pflichtverletzung welche Pflicht könnte er hier verletzt haben genau er könnte die Rücksichtnahmepflicht aus 241 Absatz 2 BGB verletzt haben danach muss er Rücksicht auf die Rechte Rechtsgüter und Interessen nehmen aber wo liegt das Problem hat hier der Supermarktchef irgendwie keine Rücksicht genommen wer ist eigentlich unser Böser hat der Supermarktchef hier mit irgendwelchen Linoleumrollen geworfen wo liegt unser Problem ja genau es war nur der Angestellte und damit wäre dafür nicht verantwortlich aber und das ist jetzt der Clou des Falles wir haben eine Norm die sagt ich muss das Fehlverhalten der Leute vertreten die meine Pflichten erfüllen sollen und diese Norm ist 278 und 278 gucken wir uns in zwei Monaten ungefähr an deshalb müssen Sie die jetzt nicht kennen aber 278 wenn Sie da reingucken steht der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und jetzt kommt der wichtige Teil und der Personen deren er sich zur Erfüllung einer Verbindlichkeit bedient in gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden das soll bedeuten wenn Sie jemanden einschalten der Ihre Pflichten miterfüllen soll dann müssen Sie so tun als ob Sie selber gemacht haben Sie schicken also jemanden los als Chef der Reparaturarbeiten durchführen soll dann müssen Sie sich so behandeln lassen als hätten Sie selber gemacht immer wenn Sie jemand anderen schicken lassen sich behandeln als wären Sie selbst das sagt 78 und hier lässt er seinen Laden pflegen durch seine Angestellten und der Angestellte hat hier eine Pflicht die der Chef gegenüber dem Kunden hatte verletzt also muss der Chef sich so behandeln lassen als hätte er sich selber verletzt das sagt 78 der Chef muss sich so behandeln lassen als hätte er die Pflichten selber verletzt dann brauchen wir noch einen Schaden hier hat er eine Verletzung davon getragen das heißt die Verletzung ist der Schaden und wenn man am Körper verletzt ist kann man verlangen dass der Körper wieder gerichtet wird und das kann man entweder verlangen vom Bauhausbetreiber selbst oder man kann sagen ich gehe in ein Krankenhaus wo die Leute vielleicht mehr Ahnung haben als im Baumarkt und lasse mich da vernünftig versorgen und schicke dann die Rechnung weiter an den Schädiger außerdem 253 Absatz 2 sagt sie kriegen eine billige Entschädigung in Geld das bedeutet eine gerechte Entschädigung also nicht billig im Sinne von preisgünstig sondern billig im Sinne von gerecht sie kriegen also eine angemessene Entschädigung für ihre Schmerzen für ihr Leid die dann der Richter schätzt nach Augenmaß der guckt sich dann an wie sehr sie gelitten haben und sagt dann für sie 50 Euro oder für sie 1000 Euro je nachdem wie er so drauf ist gut das war unser erster Fall vom Reichsgericht wir springen ein paar Jahre in der Zeit voran ins Jahr 1964 und gucken eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts auch da wieder ein Drama sie müssen sich das vorstellen es gibt einen begnadeten Tonmeister das ist so jemand der Mixing macht vorstellen und der Tonmeister der arbeitet momentan beim Radiosender also ein ganz cooler der so die Leute einspielt bei 1Live so jetzt kommt die Moderation ja und jetzt wieder die Moderation raus ein ganz cooler Typ und der möchte jetzt Karriere machen und er bewirbt sich beim Opernhaus der Stadt S und da verhandelt dann der Intendant Intendant ist derjenige der da die Regie und inhaltliche Verantwortung hat und der verhandelt mit dem und sagt sie sind der Top Mann sie haben Radioerfahrung sie haben Ahnung sie sind unser Nummer 1 kündigen sie jetzt schon mal weil sie haben eine Kündigungsfrist von 6 Monaten denn sonst können sie gar nicht bei uns anfangen rechtzeitig daraufhin geht er hin und kündigt beim Radio und dann kommt der Intendant und sagt ich habe eine schlechte Nachricht für sie war eben bei der Stadt und die Stadt hat gesagt wir haben kein Geld mehr für Oper und tut mir leid also so einen Tonmeister können wir uns hier nicht leisten und daraufhin sagt er schlecht weil meinen anderen Job habe ich gerade gekündigt das heißt er arbeitet nicht mehr beim Radio bei dem Job hat er gekündigt und bei der Oper arbeitet er auch nicht weil die wollen ihn nicht haben und jetzt ärgert er sich und er möchte gerne von der Stadt Sie sehen das von S Zahlung des vereinbarten Gehalts von 6.000 Euro pro Monat als Opernhaus Tonmeister oder alternativ 4.000 Euro die er bekommen hätte beim Radio wenn er da nicht gekündigt hätte und die Anspruchsgrundlage müssen wir nicht lange suchen die steht nämlich hier das ist wieder mal unser 280 Absatz 1 das heißt wir brauchen was für 280 Absatz 1 anrufen auch noch 280 Absatz 1 brauchen wir was und was könnte das Schuldverhältnis in diesem Fall jetzt sein ja genau 311 Absatz 2 Nummer 1 nicht Satz 1 Vertragsverhandlungen die haben hier darüber verhandelt ganz offensichtlich die haben geredet der eine hat ja gesagt der andere hat auch ja gesagt klingt doch alles ganz gut Schuldverhältnis liegt vor warum liegt kein Vertrag vor weil der Intendant keine Vertretungsmacht hatte Schuldverhältnis liegt vor was brauchen wir als zweite Voraussetzung eine Pflichtverletzung und welche Pflicht kommt hier in Betracht welche Pflichten gibt es nur bei 311 Absatz 2 steht da ausdrücklich drin woraus können sich nur Pflichten ergeben 241 Absatz 2 und jetzt müssen wir nur noch entscheiden geht es um Rechte Rechtsgüter oder Interessen was meinen Sie worunter würden Sie das fassen was der hier für ein Problem hat ist er in seinen Rechten in seinen Rechtsgütern oder in seinen Interessen verletzt ja es geht um die Interessen und zwar hier entweder um sein Vermögen oder um seine Entschließungsfreiheit Entschließungsfreiheit im Sinne von Artikel 2 Grundgesetz jeder Mensch kann tun nur was er will wenn er nicht durch Rechte Anhörung einträchtig wird gut das Problem ist diese Interessen sind so wischiwaschi die sind ja immer irgendwie verletzt das heißt wir müssen hier überlegen welche positive Pflicht hatte er denn diese Interessen zu schützen also was hätte er denn tun müssen was können wir ihm vorwerfen welches Verhalten hat denn diese Pflicht verletzt was hätten wir von ihm erwartet ja 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 der ist der I hat ihm aktiv gesagt kündige bitte deinen Vertrag und schlimmer geht es ja kaum noch wenn man jemandem sagt kündige deinen Vertrag das ist ja schon ganz schön böse hier kommt jetzt wieder das gleiche Problem wie dem Fall eben die Stadt selber hat das alles nicht gemacht das hat alles nur der Intendant gemacht aber wenn die Stadt diesen Intendanten halt mit ihrem Opernhaus beauftragt ist der auch wieder in die Rücksichtnahmepflichte der Stadt einbezogen das heißt die Stadt muss das Verhalten was der Intendant hat wiederum selber verantworten ja weil die Stadt hat den Intendanten eingeschaltet die Stadt ist die Böse für das Vertreten müssen reicht einfache Fahrlässigkeit das heißt es reicht dass der es hätte besser wissen müssen und sich hätte informieren müssen vielleicht vorher das hat er auf jeden Fall nicht gemacht damit ist er dafür auch verantwortlich und das muss der Stadt wieder zugerechnet werden weil er deren Erfüllungsgehilfe ist was ist der Schaden beim Schaden stellt sich das Problem der sagt ich will eigentlich 6.000 Euro das würde voraussetzen dass er bei Hinwegdenken der Pflichtverletzung dazu kommen würde dass er jeden Monat 6.000 Euro kriegt was war unsere Pflichtverletzung habe ich eben gesagt ja die Veranlassung zur Kündigung was passiert wenn wir uns die hinwegdenken die sind ja jetzt inzwischen Profis im Hinwegdenken im Strafrecht machen wir ausständig wir denken uns irgendwas hinweg was passiert wenn wir uns diese Aufforderung hinwegdenken dann hätte er seinen alten Job behalten und dann hätte er wie viel im Monat verdient nur 4.000 also Sie sehen das ist ganz einfach wir gucken nur hinwegdenken der Pflichtverletzung und gucken was dann übrig geblieben wäre also kriegt er keine 6.000 denn wenn die Pflichtverletzung nicht aufgegeben wäre hätte er keine 6.000 gekriegt sondern er kriegt nur 4.000 einfach Kausalität wie im Strafrecht ja Sie sehen Zivilrecht ist wie Strafrecht genauso einfach und macht noch viel mehr Spaß weil das viel coolere Fälle sind und weil das so ist machen wir jetzt schon zwei Minuten früher Schluss ja super wir sehen uns dann am Montag um 10 Uhr hier und am Dienstag ist der Semestereröffnungsvortrag wo Sie auch bitte alle hingehen und am Dienstag eine die hat ein in die verga in in h in oh hat was Untertitelung des ZDF, 2020